Der zweite Mord in der U-Bahn. Ich denke, er hat schon mehr als zweimal gemordet. Der Verdächtige ist bewaffnet und extrem gefährlich. Ich will keine Alleingänge. Und du weißt wirklich nicht, wo Mama ist? Amy! Amy! Was ist die Definition von Dummheit? Es gibt Polizeigesetze. Ja, und das himmlische Gesetzbuch und die zehn Gebote. Verdammt nochmal, sprich lauter. Ich verstehe kein einziges Wort von dem, was du sagst. Das ist meine Bibel! Ich werde dich fertig machen! Wie verrückt kannst du sein? Satan ist an meiner Seite! Das ist Gottes Willen.